Ich trinke keinen Alkohol. Gar nicht mehr. Ich lebe völlig gesund wie Mutter Teresa. Ich habe aufgehört zu trinken. Ich wollte nicht so enden wie Jenny Elvers. Vielleicht sehen Sie deshalb so gut aus. Vielen Dank. Was tun Sie so für sich, um gesund und hübsch zu bleiben? Ich trinke, ich konsumiere keinen Alkohol, ich rauche nicht.